Wir haben uns in letzter Zeit mit dem Thema Sickness Behavior befasst. Es ist ein äußerst spannendes Konzept, das hilft, bekannte Phänomene in einem neuen Licht zu sehen. In der letzten Zeit hatten wir über das Long-Covid und Post-Exorcional-Malaise-Problem gesprochen und was das mit Sickness Behavior zu tun hat. Falls Sie das nicht gesehen haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, das sich anzusehen. Nun wollen wir die Gedanken auf Depression und CFS erweitern. Sickness Behavior ist eine adaptive Reaktion auf Infektionen oder Schädigungen allgemein. Es führt dazu, dass sich der Körper umstellt und die Regeneration und die Heilung priorisiert. Hauptziel ist es jetzt, Energie einzusparen und Sie den Systemen zur Verfügung zu stellen, die unbedingt nötig sind. Vor allen Dingen Immunsystem und Regeneration im Allgemeinen. Alle Kraft voraus für das Immunsystem, das wäre das Motto. Angenommen, Sie wären in der Rolle eines Steuermanns für das vegetative System, dann müssten Sie sich überlegen, wie kann ich am besten Energie einsparen, was ist jetzt nicht nötig. Dann liegt der Weg nahe, Sie würden vermutlich raten, sich erst mal hinzulegen, um die Arbeit gegen die Schwerkraft zu begrenzen, sich nicht allzu viel zu bewegen, den Kreislauf runterzufahren, den Blutdruck zu senken und alles wegzulassen, was Luxus ist. Zum Beispiel, Luxus ist die Investition in unnötige Accessoires, schöne Haut, schöne Haare, schöne Nägel oder in Sexualität. Dann wäre es vermutlich auch günstig, die Hirnaktivität einzuschränken, denn unser Gehirn benötigt unmäßige Mengen an Energie im Vergleich zu seinem Körpergewicht. Möglicherweise würden Sie auch dazu raten, die Nahrungsaufnahme einzuschränken und stattdessen lieber aus den Vorräten zu leben. Auch das kann Energie sparen. Und genau das machen Sie wohl Menschen wie auch Tiere im Falle einer Infektion. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihre Haut unschön, die Haare kraftlos und die Nägel brüchig sind. Das ist Absicht und dient letztlich dem Überleben. Wenn Sie einmal einen kranken, struppigen Hund gesehen haben, na, dann sehen Sie, wir sind mit diesem Verhalten nicht alleine. Wie wird jetzt Sickness Behavior vermittelt? Nun, es geht sehr stark um die Zytokine. Im Vordergrund stehen Interleukine, Interleukin 1, Interleukin 6 und der Tumor negrose Faktor Alpha, das ist auch ein Zytokin. Diese Zytokine gelangen über die Blutbahn zu anderen Immunzellen und ins Gehirn, vor allen Dingen dort, wo die Bluthirnschranke nicht vorhanden ist. Das ist hier irgendwo im Hirnstamm. Und als zweiter Weg steht der Vagusnerv zur Verfügung. Im Gehirn kommen also Impulse von zwei Seiten, über die Blutbahn und über den Vagus und erzeugen dort eine Veränderung der Mikroglia und eine Aktivierung von Genen. Da werden Neuropeptide ausgeschieden und dann geht das über den Hypothalamus, den Hypocambus, die Amygdala und alle möglichen anderen Regionen. Und so kommt es dann schließlich zum Sickness Behavior. Die Bedeutung dieser Zytokine für die Entzündungsreaktion haben wir also erwähnt, aber auch andere Mediaturen, zum Beispiel das CRP, das C-reaktive Protein, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, das gehört dazu. Diese Substanzen, das CRP, die Interleukine, sind also für die Zeichen einer Aktivierung der Krankheit. Es ist nicht die Krankheit selbst. Wenn Sie also ein erhöhtes CRP haben, dann ist CRP nicht der Gegner. Es ist Zeichen, dass Ihr Immunsystem gerade arbeitet. Das gleiche gilt für Fieber. Nicht die Bakterien oder Viren lösen das aus. Im Gegenteil, es ist die Reaktion des Körpers auf Bakterien oder Viren. Das mag im Einzelfall übertrieben sein, aber es ist Absicht. Nochmals, nicht die bösen Keime sind die Ursache für Fieber oder Abgeschlagenheit. Es ist das Immunsystem, unser Sickness Behavior, das jetzt aktiviert wird. Es ist Zeichen, dass Ihre Abwehr intakt ist. Diese Freisetzungen von Entzündungsmediaturen können nicht nur durch Infekte ausgelöst werden, sondern auch durch Verletzungen, medizinische Eingriffe, Unfälle, Schlafmangel, Stress und durch Muskelaktivität. Das hatten wir bereits besprochen. Gerade Sport und Bewegung kann große Mengen an Interleukinen freisetzen. So, soweit erstmal zur Immunologie. Kommen wir jetzt zur vegetativen Seite. Im Bordegrund steht der Appetitverlust, dann eine reduzierte Nahrungsaufnahme. Die spart nicht nur Energie für die Verdauung, sondern das Abnehmen, das Fasten, hemmt die Entzündung selbst. Das wissen wir zum Beispiel vor einer rheumatischen Erkrankung, dass Fasten eine deutliche Besserung der Entzündung bewirkt. Weitere Veränderungen betrifft die Körpertemperatur. Sie wird erhöht, dann wird Ihr Immunsystem nämlich besser. Und warum der Durst nachlässt, das ist nicht ganz klar. Aber wir sehen das sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Wir haben bereits erwähnt, dass auch das Gehirn Energie sparen sollte. Obwohl es nur 2% der Körpermasse ausmacht, verbraucht es 20% der Gesamtenergie. Hier würde es sich also lohnen, einzusparen. Allerdings sind die Möglichkeiten begrenzt. Unser Gehirn ist ziemlich empfindlich, kommt schnell zu auswählen. Die Einschränkungen kommen dabei in einer Reihenfolge. Zuerst werden die höheren kognitiven und energiehungrigen Funktionen beeinträchtigt, also die Konzentration, das Gedächtnis, möglicherweise auch die Stimmung und dann die grundlegenden Funktionen und zuletzt die Basisfunktion. Deswegen werden sie erst unkonzentriert, benebelt wie betrunken. Dann folgt die Reizüberempfindlichkeit, der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und dann geht es immer weiter vor. Sie kommen sich am Ende ziemlich dumm vor. Keine Sorge, das Gehirn ist nicht dauerhaft geschädigt, es ist nur vorübergehend eingeschränkt. Sickness Behavior hat auch eine emotionale Seite. Den Verlust der Freude, oft Reizbarkeit, oft gekoppelt mit Rückzug, dem Gefühl der Überforderung, Niedergeschlagenheit bis hin zur Depression. Auch das kann als Absicht verstanden werden, denn wer sich so fühlt, bewegt sich weniger, spart Energie ein und stellt somit dem Immunsystem mehr Energie zur Verfügung. Gerade war eine Patientin bei uns, die berichtet hat, dass sie nach körperlicher Überlastung ein Gefühl der Gefühllosigkeit entwickelt. Also klassisches Zeichen einer Depression, dabei war sie sonst nicht depressiv. Es wird daher seit Längerem diskutiert, ob Depressionen und Sickness Behavior nicht eine gemeinsame Wurzel haben könnten. Eine Aktivierung des Entzündungssystems, das dann unter anderem Freudlosigkeit, Rückzug, erhöhte Schmerzempfindlichkeit usw. nach sich sieht. Die Depression wäre somit wie gewollt, um Energie einzusparen und somit die Regeneration anzustoßen. Tatsächlich gibt es eine große Überschneidung von depressiven Symptomen und dem Sickness Behavior. Es gibt aber auch Unterschiede. Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, das ist nicht typisch für Sickness Behavior, wohl aber für Depression. Es wurde daher die These geäußert, ob Depressionen vielleicht eine Art von Chronifizierung des Sickness Behaviors darstellen. Eine übertriebene Dauerreaktion. Jemand kommt aus der eigentlich sinnvollen Schutzreaktion gar nicht wieder heraus. Ob das so kommt, so ein Teufelskreis, dafür sind natürlich Biografie, Lebensumstände und seelische Faktoren sehr entscheidend. Und ähnliche Überlegungen gibt es auch für CFS. Auch hier gibt es viele Überschneidungen, aber auch Unterschiede. Zum Beispiel die längere Dauer, die Auswirkungen auf die Mitochondrien und möglicherweise Hinweise auf eine Autoimmunstörung. Nimmt man jetzt ein wenig Abstand, dann hat Sickness Behavior einen großen Erklärungswert für zahlreiche Beschwerden. Es ist allerdings immer ein kurzfristiges Verhalten und geht alleine wieder weg, sobald die Ursache, zum Beispiel die Infektion, überwunden ist. Es kann aber auch bleiben. Und dann können möglicherweise unterschiedliche Krankheitsbilder entstehen, zum Beispiel Long-Covid, Post-Exertional Malaise, CFS oder Depression. Wie gesagt, das sind Hypothesen, wenn auch spannende und naheliegende Hypothesen, die in den besten Zeitschriften wie Nature, Science, Lancet oder dem New England Journal of Medicine diskutiert werden. Kann man jetzt Sickness Behavior medikamentös beeinflussen? Das ist schwierig. Aber tatsächlich haben viele Antidepressiva eine entzündungshemmende Wirkung. Zum Beispiel das von uns gern eingesetzte Amitriptylin in niedriger Dosis. Möglicherweise ist ein Teil der antidepressiven Wirkung auf eine Hemmung der Entzündung zurückzuführen. Aber natürlich dennoch, Sie sollten bei akuten Entzündungen natürlich keine Antidepressiva, sondern die klassischen Medikamente nehmen. Nehmen Sie also kein Antidepressivum bei Zahnschmerzen, sondern besser Ibuprofen. Umgekehrt haben antientzündliche Medikamente eine antidepressive Wirkung? Ja, das haben sie. Aber sie wirken deutlich schlechter als antidepressiver. Relativ gut antidepressiv wirkt zum Beispiel der COX-2-Hämmer, Zilicoxib, möglicherweise auch im geringen Umfang Omega-3-Fettsäuren. Aspirin oder das erwähnte Ibuprofen sind bei Depressionen nicht empfehlenswirkend. Sie wirken kaum und haben dann lediglich Nebenwirkungen. Zusammengefasst. Entzündungshemmende Mittel können bei Depressionen oder Signusbehavior durchaus sinnvoll sein. Insbesondere dann, wenn Entzündungszeichen vorhanden sind, aber sie haben nicht eine sehr starke Wirkung. Kommen wir zur Therapie allgemein. Im Mittelpunkt sollten nicht-medikamentöse Therapien stehen. Wir haben die dosierte Bewegung oder das 30-30-Training umfassend dargestellt. Auch die Atemtherapie ist von zentraler Bedeutung. Dann empfehlen wir multisensorische Beruhigung und Entspannung. Es kommt darauf an, über möglichst viele Kanäle Sicherheit und Ruhe zu vermitteln. Achtsamkeits-Training oder andere Formen der Entspannung sind sinnvoll. Bezüglich der bedrückten und verzweifelten Gefühle ist es wichtig, diese wahrzunehmen und darüber zu sprechen, aber nicht darin zu versinken. Psychotherapie kann sehr sinnvoll und unterstützend sein, aber sie ist in aller Regel nicht ausreichend. Allgemeines Gesundheitsverhalten ist wichtig, zum Beispiel Schlafhygiene, regelmäßiger Schlafrhythmus und, soweit es geht, am sozialen Leben teilzunehmen. Es ist entscheidend, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und von dort aus wieder aufzubauen. Wenn Sie zum Beispiel stark eingeschränkt sind und fast nur liegen können, dann müssen Sie die Restmöglichkeiten nützen, die Hände, die Füße bewegen und von dort aus aufbauen. Wir trainieren auch mit hoch eingeschränkten Menschen systematisch, zum Beispiel indem Sie nur mit den Zehen wackeln, dann mit den Händen, dann mit Armen und Beinen und dann langsam in die Aufrichtung des Oberkörpers kommen und so weiter. Wichtig für Angehörige, vermeiden Sie übermäßige Fürsorge und Überversorgung im Allgemeinen. Das lähmt die Aktivität der Betroffenen und wirkt langfristig ungünstig. Kommen wir zum Schluss. Sickness Behavior ist ein biologisches Überlebensprogramm. Es erklärt Symptome, die oft als Defizit oder Mangel missverstanden werden. Es handelt sich jedoch im Kern um ein gewolltes Überlebensprogramm, das uns bei Infektionen oder Verletzungen das Leben rettet. Es kann aber auch sein, dass wir aus welchen Gründen auch immer in einer Situation geraten, in dem wir aus dieser Schutzreaktion nicht mehr herausfinden. Sie bleibt dauerhaft aktiviert. Nicht selten liegt dann eine Mischung aus körperlichen und vegetativen Beschwerden vor und einer emotionalen Reaktion aus Verzweiflung und innerer Katastrophisierung. Und die löst dann wieder körperliche Reaktionen aus und das gibt dann einen Teufelskreis. Um den zu durchbrechen, sind oft multimodale Programme notwendig. Soweit in einer Kürze? Naja, ganz so kurz war es jetzt auch nicht. Aber das Problem ist komplex. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.